So. Kazzin. 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 Hebt mir den Dolch. Der Dolch! Der darf bitte in seine Hände fallen! Ich stellte mich dem Feind, ich sah in seine Augen und ich verlor... Alles. Ein Grab. Ihr wart da, den Dolch in der Hand. Warum habt ihr gezögert? Ihr haltet euch für den Besten der Besten. Aber ihr seid genau wie die anderen. Verfluchte Soldaten. Alles, was sie können, ist kämpfen und zerstören. Warum habe ich euch vertraut? Warum habt ihr mir nicht vertraut? Au! Verzeiht. Wo seid ihr? Ich bin hier. Haltet meine Hand. Geht nicht. Was ich sagte, war falsch. Nein. Ihr hattet recht. Alles Geschehene war mein Bad. Ich wollte Ehre und Ruhm. Ich brachte Verderben. Ihr seid tapfer und ehrener. Wenn dies unser Grab sein soll, wird der Dolch mit uns beerdigt. Und wir sind beisammen. Was ist los? Nichts. Ihr zittert. Ich mag keine engen Räume. Irgendwo muss ein Weg nach draußen sein. Geil. Wie lautet das Wort? Kako Lukian. Kako Lukian. Kako Lukian. Kako Lukian. Hier war das. Nicht wahr? Taus. So. Damit ist die Cutscene vorbei. Und es geht weiter. Und ich ... Ah, jetzt kann ich die Kamera grad nicht wirklich ändern. Jetzt geht's wieder. Gut. Jetzt sind wir mal wieder auf der Suche nach ihr. Hm. Gucken, wie lange es hier runter geht. Schon lange nicht mehr... Wie gesagt, ich hab das schon so lange nicht mehr gespielt. Und joa. Also die Treppen werden eigentlich auch nicht nach oben laufen. Muss man ja irgendwann Schweißzustände haben oder man muss ja rumhecheln. Wie blöd. Hey, wie lange geht's denn noch? Ist ja schlimm hier. Ah. Super. Wo seid ihr? Ist das nicht wundervoll? Was ist wundervoll? Wo seid ihr? Ich suche nach euch. Farah? Okay, doch nicht. Verdammt, jetzt muss ich noch kurz überlegen. Das war unser erster Weg. So, einmal wechseln. Und ich glaub, da bin ich ja grad reingegangen. Das heißt, der Weg dürfte der falsche... Oh. Was zum... Okay, der Weg war also nicht der richtige. Wo seid ihr? Pubi ist... Hier bin ich! Pubi ist halt da. Wir haben alles... Okay, jetzt... Ach, verdammt, warte mal. Wir sind... Ich glaub, hier rausgekommen. Das heißt... Wo seid ihr? Ich geh jetzt einfach mal hier rein. Verdammt. Okay, den geh jetzt einfach... Ne, den hatte ich gerade. Dann geh ich einfach in den. Na gut. Okay. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich geh jetzt einfach jede Tür einzeln durch. Ist mir egal. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ja. Es ist ein Spiel. Das ist die Erklärung. So, jetzt reich grad in der vierten. Also... Geh ich hier rein. Okay. Wann ich glaub? Farah! Wo seid ihr? Richtig. Mensch, Mensch, Mensch. Wenn's auf die fünfte nicht war... Und die auch nicht... Wo seid ihr? Ich geh trotzdem rein. Das ist mir jetzt egal. Na gut. Jetzt mach ich aber schnell den... Guck mich, glaub ich, schneller voran. Drei, vier, fünf, sechs. Ich geh jetzt da rein. Wo seid ihr? Hier. So. Also irgendwann wird's nervig. Mensch. Kann ich hier vielleicht irgendwo hoch? Wo seid ihr? Au! Ne, das bringt mir nix. Also, jetzt guck ich kurz, wenn das der Eingang war. Ne, das ist der Eingang. Junge, ich glaub aber eigentlich, dass das die Mitte doch war. Ich bin hier. Ja, genau. So. Wo seid ihr? Hier bin ich! So, das heißt, jetzt muss ich nämlich... dort drin. Genau. Farah! Nur jetzt weiß ich das grad nicht. Wovon redet ihr nur? Hier ist keine Tür. Wo seid ihr? Ach, ich geh halt da rein. Ich hoffe, dass das jetzt richtig ist. Okay, das Spiel nochmal von vorn. So. Ja, langsam kriegen wir's doch. Da. So. Wo seid ihr? So. Wir haben uns um zwei verändert. Vielleicht muss ich mir das auch nochmal merken. So. Jetzt geht's da rein. Genau, jetzt haben wir sich jetzt wieder um zwei verändert. Wo seid ihr? Ich bin hier! Hm. Das heißt, ich geh jetzt einfach in die da rein. Genau. Wo seid ihr? Ich seh euch nicht! So, jetzt bin ich aber durch alle irgendwie durch, oder? Ich bin da oben rein. Kamen... Ja, zwei davon links raus. Und bin denn dort. Na, da müsste ich jetzt eigentlich hier rennen. Farah! Wo seid ihr? Super. Was zum... Also, das wird langsam lächerlich. Na, wir sind doch weiter. Ist doch schon mal was. Farah! Jetzt muss ich das hier rausfinden. Mit wem redet ihr denn da? Ich geh einfach mal hier rein. Genau, die war's aber nicht. Ich habe schon so lange gewarnt. Könnt ihr mich hören? Dann geh ich jetzt in die einfach rein. Äh, dann geh ich halt in diese rein. Okay. Welches System steckt denn diesmal dahinter? Das würde mich jetzt eher interessieren. Wo seid ihr? Hier bin ich! Guck mal. Ich probiere die jetzt hier einfach durch. Irgendwann werde ich wohl an der richtigen ankommen. So. Dann nehme ich jetzt... Mal diese. Was zum... So. Und dann kommt jetzt diese dran. Jetzt bleiben gleich hier nur noch zwei übrig. Wir haben alles... Mh, wa. So. Mensch, so langsam sollten wir doch mal die richtige werden. Ja, wir haben sie. Gut, jetzt muss ich aber überlegen. Wir sind... 1, 2, 3... 4! Haben wir uns verentsetzt. Farah! Das heißt... Könnt ihr mich hören? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... So, hier rin. Genau. Wenn ich jetzt andersrum gehe... Wenn ich jetzt andersrum gehe... 1, 2, 3, 4... Ja, hoffentlich ist es die jetzt. Mensch... Na gut. Wo seid ihr? So, warte mal, vielleicht hab ich einfach noch... Ich bin doch hier! Wenn ich um 3 versetzt gehe... 1, 2... Und dann müsste das jetzt... Es muss eine Erklärung dafür geben. Ja, es gibt irgendwie eine. Haben wir schon mal rausgefunden, aber die kenne ich nicht. Hm. So. Wo seid ihr? Hier bin ich! Hm. Wenn ich da... 3, 4... 6... Oder ich... Ja, ich gehe jetzt einfach mal... 1, 2, 3... Fahra, wo seid ihr? 5, 6... Hm. Aber ich glaube, in die bin ich ja schon drin, also... Ich probiere es trotzdem. Ist mir jetzt egal. Ja. Richtig. Hm. Hm. Nicht jetzt so, um ein... Wo seid ihr? Hier bin ich! Fahra, wo seid ihr? Hier bin ich! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Das sind 10... Türen... Entweder ich bin in die... 1, 2, 4... 6. gegangen... Oder ich bin in die 4. gegangen. Tja. Was mache ich da bloß? Wo seid ihr? Hm. Ich gehe jetzt einfach in... Die da. Na gut. Ich verstehe das System nicht. So langsam reicht es mir auch mit diesem bekloppten... Mit diesem bekloppten System. Wo seid ihr? Hier bin ich! Da ich jetzt... Da bin ich ja drin. Die flackern auch so schön. Ach, ich gehe jetzt in die. Ist mir wurscht. Ah! Fahra? Gut, jetzt überlege ich nochmal... Ich bin da rein. Das sind 4... Und 2 versetzt. Für 1, 2... Fahra! Da gibt es auch 4. Ja, dann gehe ich jetzt... In die einfach rein. Schade. Aber wir sind auch wieder ein kleines Stück weiter. Fahra! Fahra! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich bin hier! Wo seid ihr? Das sind die, die Wege durchge... Die Fliege durchgegangen sind. Und... X... Ah, auf dich zu kriegen. Und...